Der Berliner Polizei 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 Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Wie werden Sie denn wählen jetzt mit dem Freiheitsgesetz? Ich bin entspannt, wie werden Sie denn jetzt wählen? Werden Sie uns alles wegnehmen noch? Alles werden Sie uns wegnehmen. Alles nehmen Sie uns weg. In Dresden war er aber auch bei jeder Veranstaltung. Und da hat er erzählt, was er alles für ein toller Mensch ist. Was er alles machen will für die Freiheit. Also Herr Spahr habe ich kennengelernt bei Pegida-Veranstaltung in Dresden, in der Landeszentrale für politische Bildung. Und da hat er uns erzählt, wie er sich alles für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Alles gelogen, alles gelogen. Und mit einer Arroganz gehen die vorbei. Der hat mich erkannt, mit keines Wortes gewürdigt. Also nein. Er sieht die Leute, die draußen stehen. Zehntausende, die davor stehen. Ja, das findet er nun auch noch toll. Ich weiß nicht, was Sie ihn verstanden haben. Entschuldigen Sie, wie werden Sie denn jetzt für das Gesetz wählen? Ich werde für das Gesetz stimmen. Warum machen Sie das? Herr Almeyer, Sie nehmen unsere Freiheit weg. Das wissen Sie noch. Ich bin meinem Gewissen verantwortlich. Wie bitte? Und diesem Gewissen folge ich heute. Sie haben kein Gewissen. Er hat einfach kein Gewissen, dieser Mann. Er redet von Gewissen und er hat kein Gewissen. Ich vertrete meine Wählerinnen und meine Wähler. Ich fürchte mich von Menschen wie Ihnen. Ich fürchte mich von Menschen wie Ihnen, weil Sie uns sagen, wie bitte Ihre Wähler möchten. Wissen Sie überhaupt, wer Ihre Wähler sind? Sie sind eine kleine Minderheit. Wer sind Sie denn? Nein, sie würden gerne demonstrieren. Aber ich habe mein freies Gewissen. Sie sind völlig abgehoben. Sie haben überhaupt kein Gewissen. Deshalb haben Sie ein freies Gewissen. Pfui. Ich **** Xi*** Komml drauf! Komml drauf! Klang! K Untertitelung des ZDF, 2020